Hast du schon mal Arsch gegessen? Ja, Feben! Oh, Junge, das ist ein Käbel startet, Alter. Ich will nicht wissen, wie ich jetzt noch den ihr euch hier rausgesiebt habt. Ja, und was daraus passiert ist, dass wir irgendwie entspannen. Du hast schon mal Räuten passen wollen, richtig? Irgendwie ist alles schief gegangen, was wir geplant hatten. I don't know. Hast du schon mal Arsch gegessen? Du? Nee. Was heißt Arsch essen? Einfach Backe... Nein! Nein, nein, das ist Arsch. An die Vorderstelle herkommt. Der Bengel soll sich heute besorfen. Halt, die Ritze! Nee! Was dann? Naja, da ist ja... Hä, die Kacke essen! Ja, wo das rauskommt. Die Kacke essen? Nein! Hä, was ist denn? Mann, die Tür grüßen! Wo ist es rauskommt? Die Mumu! Das baut ja nicht einfach. Die Mumu! Ja, Frauen haben auch einen Arschloch. Bro, Frauen scheißen auch. Ja, ich weiß! Ja, aber die haben keine Kloake oder so. Wir sind Säugetiere. Was meint ihr? Digga, was meint ihr mit Arsch essen? Als ob das alles aus der Vagina ist. Bruder... Frauen haben drei. Das Pissloch! Jetzt werde ich gleich wahnsinnig. Nein! Ey, Mann, Bruder, was passiert hier schon wieder gerade? Hä? Dicke! Erklar noch einer! Bro! Das schmeckt überdope. Halt die Rosette quasi. Die Mumu! Nein, da drunter, Bruder! Die Mumu! Nein, ich droll nicht! Hä? Die Rosette! Bruder, Frauen scheißen nicht aus ihrer Vagina. Ja, aus dem Arsch! Ja! 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 Aber was soll man da essen? Das ist so wie... Man isst es nicht wirklich. Man scheidet sich nicht ein Stück ab und isst es dann. Ja, ich weiß! Aber so beißen! Nein, nicht beißen! Beißen wäre ein bisschen weird, Bro! Oh, das ist lecker! Ja, mit der Zunge! Ja! Ja, hab ich doch gesagt vorhin! Nein, Bruder! Nein, Bruder! Willst du ihn wieder machen? Seid doch mal! Nein, ich hab ja vorhin so... Ah ja! Achso! Verstehe! Ist doch schon wieder scheiße hier, Bruder!